Hallo und willkommen zurück hier zu Halo The Master Chief Collection Episode 2 mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir uns hier Richtung Bibliothek durchgekämpft mit dem Arbiter. Wir haben ganz sneaky, in Anführungszeichen, einen Skorpionpanzer abgesnackt und wir sind hier in einer Position, wo wir ständig aufs Maul kriegen, weil immer wieder random, ja nicht ganz random, aber kurz vor knapp irgendwo ein Raketenfritzer spawnt, der uns dann voll auf den Sack geht. Huh... Geht es gut aus. Geht es gut aus. Ein Kontrollpunkt, endlich! Ein Kontrollpunkt, endlich! Ein Kontrollpunkt, endlich! So, dann gehen wir da wieder rein. 27 Schuss habe ich. Hm. So. Soundtrack. Soundtrack. Oops! Nice! Ah, ein ehrenvoller Mann! Der Feigling ist also nicht dabei. Ich tue mein Bestes, um euch die Flatt vom Hals zu halten. Ohne Ziel werde ich unruhig! Eieieiei! Aber ich bin nicht alleine! Guten Tag Kollegen! Ja! Da oben! Der Schmarotzer will angreifen! Schmarotzer? Ah! Ja! Bruder! Riecht zurück! Und vielleicht lasse ich euch leben! Ja! Ja! Da haben die sich doch gekümmert! Ja! So sah das früher aus! Ja! Ihr macht das schon! Ja! 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 Da lebt noch einer! Ja! Da lebt noch einer! Wo war das denn? Da unten? Habt ihr jetzt Anschluss gegen die Flat verloren? Es waren so viele! Ah ne, da drüben kann man die rum. Nur noch ihr zwei übrig. Kitty und Frank. Ah, nur ein Stückchen. Wow. Wow, der war knall. Der war uff. 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 Wo? Der war uff. Jetzt aber erst mal wechseln. Wir haben sie zerstört. Der war uff. Der war zerstört. Äh, äh. Der war uff. Der war uff. Der war uff. Der war uff. Ich bin rausgeschmissen. Ach nochmal. Jetzt waren sie ja hier rechts. Und hier kommt ihr doch. Und? Was? Wie kam der vorhin hier raus? Wie kam der vorhin? Wie kam der vorhin? Ja die sind halt vor uns da gewesen. Hm, Zombieabwehr bekommen. So, ein Hunderter. So, ein bisschen dunkel hier nicht? Aber wir sind gleich da. Oh ja, diese Gänge kennen wir. Da kommen diese Drehtüren. Was ist der Deposit? Hm. Hm. Erwischt. Wissen Sie, Ihr Vater hat mich auch nie um Hilfe gebeten. Der Index ist sicher. Das ist ein bisschen. Wie läuft's? Ah, bestimmt keine Frauen. Ausgezeichnet, Gebieter. Die Reichen werden zufrieden sein. Das Symbol ist meine Verantwortlichkeit. War Ihre Verantwortlichkeit. Jetzt ist es meine. Ein blutiges Schicksal wartet auf Sie und den Rest Ihrer inkompetenten Rasse. Und ich, Tartarus, Häuptling der Brutes, schicke Sie dorthin. Wenn die Propheten hiervon erfahren, sind sie erledigt. Wenn Sie es erfahren? Hahaha, na, Sie befahren mir das zu tun. Verrat! Der Gravemind. Hm. Chief! Grezi! Was ist das? Ich... ...die Vertraue kann alle immer sehen. Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon! Ach. Er hier ist Maschine, du du musst. Er hier ist Maschine, du du musst. Er hält an seinen Tönen fest. Der andere ist nur Glaube und Fleisch. Lässt sich leicht täuschen. Töte mich oder lass mich frei, Parasit. Aber langweil mich nicht mit Geschwätz. Es wurde viel gesagt. Ich habe zugehört. Du selbst und Metall und Zeit. Jetzt spreche ich. Und ziehen wir zurück. Hallo. Ich bin 2401 Penitent Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung 05. Und ich bin der Prophet des Bedauerns. Höchster Rat. Hierarch der Allianz. Ein Reclaimer? Hier? Endlich. Wir haben viel zu tun. Diese Einrichtung muss aktiviert werden, damit wir den Ausbruch kontrollieren. Bleibt wo ihr seid. Solange ich predige, wird hier gar nichts getan. Falsch. Diese Anlage hält einen Rekord von 1,2 Trillionen simulierten und einem echten Zugriff. Sie ist auf Abruffeuer bereit. Von allen Dingen, die uns unsere Herren hinterlassen haben, ist nicht so wertlos wie diese Orakel. Sie wissen nichts von der großen Reise. Und Sie wissen nichts über Eindämmung. Sie haben sogar die grundlegendsten Regeln und Prozeduren missachtet. Seine Eindämmung und seine große Reise sind ein und dasselbe. Eure Propheten haben die Flucht vor dem sicheren Untergang versprochen. Aber auf diesem Ring findet ihr keine Erlösung. Wer diesen Ort baute, wusste genau, was er tat. Die Fehlanschätzung ihrer Absichten führt nur zum Erleutenuntergang. Das Ding hat recht. Halo ist eine Waffe. Ihre Propheten machen einen großen Fehler. Ihre Dummheit hat bereits einen der Heiligen Ringe zerstört, Dämon. Das passiert nicht noch mal. Wenn man seine Wahrheit nicht hören wollen. Give me the Shonu. Es kann verhindert werden, dass der Schlüssel gedreht wird. Wenn man ihn hat, sie werden an einer Stelle suchen, sie an einer anderen. Denn das Schicksal machte uns zu Feinden, dieser Röhn zu brüdern. Wir sind, alle von uns, zutiefst betroffen. Die Freisetzung des Parasiten war unerwartet, unglücklich, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Tatsächlich ist das Grund zur Freude. Ein Moment, den die ganze Allianz feiern sollte. Denn das heilige Symbol ist gefunden. Mit ihm ist der Weg frei. Unser Eintritt in die Göttlichkeit garantiert. Die große Reise naht und nichts, nicht einmal die Flagge kann sie verhindern. Guten Tag. Bäh. Tötet den Dämon. Gut. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Sie haben keine Schildgeneratoren, aber man sollte sie erledigen. Es dreht durch. Ja, ich weiß, die machen gern Bersagerangriffe. Wenn du tausend Gegner gekält. Mmh, nett! Okay, ah, da ist der andere. hier und du hier die verbesserten versionen der plasmangewehre die sind stärker aber die hütten auch schneller na klar als zweitwaffe ich muss mich hier noch als das schufpatter nochmal gewöhnen umher ruhe setzen sie mich auf einer der säulen daneben der tür ab ja momentele dann doch hat genau da eine fallen lassen die hat schon wieder mehr schuss eine säule wieder prophet wahrheit er hat den index er darf ihn nicht behalten ich kümmere mich um diese türen los wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein wenn ich im netz bleibe und er blau als früher ja hat keine bange sie können mich nach erholen katana hat im laufe der zeit eigentlich in jedem geben hand anders aussehen ich finde dieses klimperne 9 was von besser hmm hmm Du du du. hmm 2.000 Puh, ein wenig knapp. Ja, spring halt. Okay. Hm. Guten Tag. Just passing through. Ja, die verbrauchen mehr und schneller Schuss. Aber die ballert auch mehr. Karabino. Ähm. Uh oh. So. 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 was war das jetzt war doch weg doch doch da unten bist du noch nicht erst mal wieder neue waffen holen und auf die uhr sehen und merken dass wir überfällig sind ja noch mal eine runde laufen aber das sage ich schon mal danke fürs zu sehen und ich hoffe es hat euch gefallen und dann wisst ihr vielleicht noch subscriben der weltverteidigung ist noch nicht was getan habt ihr notation aktivieren das tut was es im erfahrung zählen wollt leute ich nicht mehr nachdenken muss und es abgeht die twitter-account für den ist wenn wir voll und ein follower drücken könnte und einstellungen dass alle vierzeiten gezeigt werden bis zur nächsten folge tschau